servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem interessanten thema zum thema patches und ptr wie ihr wisst soll in ungefähr zwei wochen patch 9.1 auf den ptr kommen dazu wird es dann auch beiträge hier im offiziellen forum zu geben und ich habe jetzt auf reddit einen interessanten beitrag gefunden der sich damit auseinandergesetzt hat wie viele tage die ptr phasen vorangegangene patches gedauert haben bis diese letzten endes live auf die server ging das ganze wollen wir uns jetzt mal anschauen wenn euch das video gefällt lasst gerne ein like und abo da und aktiviert die glocke und damit starten wir auch rein im hintergrund seht ihr mal so ein paar tipps wie man es schafft auf den ptr zu kommen also letzten endes alles relativ einfach ihr müsst euch so gesehen nur ein extra account dafür erstellen und habt sobald ihr das getan habt in dem internen menü hier hier bei ihr oben über mein account geht das beispielsweise danach habt ihr die möglichkeit euch über euren launcher den test für den client runter zu laden und dann dort zu spielen also ich verlinke euch das ganze forum nochmal in der video beschreibung ist ganz interessant zu sehen kann man sich das ganze auch mal angucken wenn man dann selber sachen ausprobieren möchte kommen wir aber zum eigentlichen thema und zwar wie lange bisherige testphasen gedauert haben wir sehen jetzt hier es gibt ein paar diskussions punkte bezüglich klassen und so weiter die aktuell topics sind wir haben aber beispielsweise mit patch 7.2 das war damals grab mal des sageras das lief 68 tage bevor es vom test ram auf den live server ging patch 7.3 das war an torus waren 62 tage auf den test server danach haben wir noch die patches die letzten aus dem vergangenen addon von battle for azeroth da waren es schlacht von da saalor war 81 tage auf den test server waren bevor die ganze schose live ging mit ewiger palast waren es 70 tage auf den test server und nialotha patch 8.3 waren sage und schreibe 99 tage auf den test server also über drei monate das ganze soll jetzt nur mal als indiz dazu dienen wie lang dieser patch jetzt auf sich warten lassen könnte bis er denn dann live geht wir werden letzten endes eben auch in diesem forum hinweise dazu finden hoffentlich hoffen wir dass blizzard da diesbezüglich etwas mehr kommuniziert als das vielleicht zuletzt der fall war ihr könnt nämlich auch hier so beispielsweise blister tracker auswählen da könnt ihr auswählen wann es zuletzt bluepost gab und da fällt auf zumindest im deutschsprachigen raum dass es sehr sehr wenig infos im forum gibt finde ich sehr sehr schade dass dies der fall ist aber gut lässt sich nichts machen hier sehen wir noch mal themen das sind dann so allgemeine sachen das war das letzte was vom blizzard im ww forum als thema gepostet wurde also ihr seht die informations kette ist noch etwas dürftig hoffen wir dass sich das vielleicht zu patch 9.1 ein bisschen besser auch wenn ich da jetzt keine konkreten anhaltspunkte zu sehen warten wir jetzt einfach mal ab wie lange der patch auf dem ptr ist wann es losgeht und ich persönlich freue mich schon drauf auf den patch vor allem auf den neuen raid könnte ziemlich geil werden schauen wir mal was das alles gibt in diesem sinne ich bedanke mich bei euch fürs zusehen wünsche noch einen schönen tag lasst es euch gut gehen bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten video bis zum nächsten video bis zum nächstenВ bis zum nächsten